Willkommen zum zweiten Teil von zwei Doodles Doodle Duo. Und der im anderen Teil, wir sprechen über unser Mercedes-Benz. Das ist mega cool. Guck mal. Nein, ich werde das mal so gleich fragen. Wie die unseren Mercedes-Benz finden? Okay, also er ist Trips und ich bin Gustav. Gustav will nicht gewählt werden. Entschuldigung für den plötlichen Schluss. Okay, also beim letzten Teil haben wir uns nicht verabschiedet, weil wir vergessen haben uns zu verabschieden. Ja, los, los, los! Hallo! Hallo, ich bin Gustav. Wie findest du unseren Mercedes-Benz? Wie findest du unseren Mercedes-Benz? Den hier? Sehr gut. Das ist Metallic-Farbe. Danke! Auf, auf! Sie haben es uns gesagt. Das war schön, Metallic-Farbe, hat die es uns gesagt. Die ist echt nett, ne? Danke, danke, danke! Okay, wir können ein paar Minuten aufnehmen. Jetzt drei Minuten und drei Sekunden. 2, 1, 0, drei Minuten. Noch. Hast du einen Cut? Nein. Wir machen einen Cut. Okay, wir machen einen Cut, weil kein Mensch kommt, also keine Mensch in Seele. Also daher ganz kurz Cut. Was machen wir? Hallo! 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 Wie ist es auf auf sich? Hallo! Jetzt geht es weiter. Tschüss!